Ja, heute ist es so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, einfach so ein bisschen durcheinander, irgendwie in meinem Kopf ist irgendwie ganz viel los. Ich habe diesen Podcast eigentlich schon aufgenommen gehabt, der war eigentlich auch schon fertig, fast auch fertig geschnitten und wäre eigentlich so gut wie bereit gewesen, um es hochzuladen. Nun ist die letzten Tage einiges passiert, wozu ich einfach noch ein paar Worte sagen möchte und ich habe mich jetzt entschieden, die Folge nochmal aufzunehmen. Ich habe ja Zeit, ich habe ja sonst nichts zu tun. Eigentlich bin ich ziemlich fertig momentan, ich musste heute Rasen mähen. Mein Gärtner, der sich eigentlich um meinen Rasen kümmert, das hat nicht mehr funktioniert. Ich musste ein Machtwort sprechen, ich musste einmal sagen, irgendwie was Sache ist und ich nicht mehr bereit bin, so viel Geld für dieses Ergebnis zu bezahlen. Nun gut, jetzt muss ich wieder selber Rasen mähen, wo ich ja eh so viel Zeit habe und eigentlich ja eh nichts zu tun habe, mehr oder weniger den ganzen Tag. Das hat heute noch so richtig gut reingepasst. Und naja, jetzt habe ich ein Video aufgenommen, das Video werdet ihr, oder habt ihr dann gestern schon gesehen, wenn dieser Podcast online geht, über A Stride. Und jetzt im Nachhinein dachte ich mir, nee, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich muss dazu nochmal ein paar Worte sagen und ich habe jetzt auch noch so ganz spontan die Idee, dass ich vielleicht mir noch jemanden mit dazu hole und das Amazon ein bisschen, ja, so als kleines Interview irgendwie nochmal einfügen werde. Das kann ich aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sehen. Ich muss jetzt erstmal schauen, wenn morgen, also am Samstag, das Video online geht, was da an Reaktionen zurückkommt, wie ihr das Ganze auch aufnehmt. Was sich so hinter den Kulissen noch so ein bisschen tut in Bezug auf A Stride. Das möchte ich mir vorher nochmal anschauen und dann entscheiden. Das heißt, ich weiß noch gar nicht so wirklich, was es in dieser Folge alles geben wird. Wir werden kurz einmal ein bisschen Live, nee, Lifestyle wollte ich schon sagen, natürlich nicht Lifestyle, obwohl irgendwie ist es auch Lifestyle, aber so ein bisschen ein Live-Update ergeben. Ich habe sonst alle Themen für diese Woche mehr oder weniger gestrichen. Das heißt, wir werden dann ausschließlich über Gaming und zwar über A Stride sprechen. Und am Ende habe ich vielleicht noch einen Film- und Serientipp, das soll es dann vielleicht auch noch geben. Dann würde ich aber sagen, dass für diese Woche der Podcast eh schon wieder ziemlich voll ist. Ich habe euch schon wieder mal wieder nicht begrüßt. Ich habe euch schon wieder mal nicht begrüßt. Wahrscheinlich wieder kein ordentliches Deutsch. Anyway, ich mache es jetzt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt Freude damit. Gerade in dieser Folge. Ich meine, ich freue mich immer über Kommentare und irgendwelche Reaktionen. Aber gerade in dieser Folge würde ich sagen, lasst auf alle Fälle einen Kommentar oder eine Nachricht. Ihr könnt mir das gerne auch per DM oder so schreiben. Ihr könnt übrigens auch bei Spotify oder Google Podcast oder wo, nee, Google Podcast, glaube ich, geht nicht. Aber bei Spotify könnt ihr auch unten, da müsst ihr nur so ein bisschen drunter scrollen, könnt ihr auch einen Kommentar bzw. diese Frage dort beantworten. Und könnt mir sozusagen auch ein paar Worte hinterlassen. Und da freue ich mich natürlich auch riesig drüber. So, Schluss, Aus, Punkt. Wir starten jetzt diesen Podcast mit dem Intro und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Haus of Ada Der Podcast Ich habe es schon kurz angeschnitten. Mein Rasenmäher, mein Gärtner, der eigentlich sich um meinen Garten kümmert, der hat jetzt irgendwie dieses Fass zum Überlaufen gebracht. Viele von euch wissen ja, ich lebe ja in einem Einfamilienhaus. Es ist jetzt nicht so groß. Ich glaube, ich habe so 120 Quadratmeter oder knapp 100 Quadratmeter an Wohnfläche. Habe aber relativ viel Grundstück außen rundherum. Das sind ein bisschen über 1000 Quadratmeter. Also das heißt, es ist schon sehr, sehr viel. Der Großteil dabei ist auch Wiese. Und ja, Wiese muss natürlich auch gemäht werden. Ich bin ja jetzt nicht so jemand, der das irgendwie alles so akkurat haben möchte, sondern bei mir darf es ein bisschen Wildwug sein. Und meine, ja wie soll ich sagen, meine Entschuldigung dafür ist dann auch immer, dass ich mir so denke, hey, denk doch mal an die Umwelt, an die ganzen Tiere. Ich glaube, die finden das richtig toll, wenn du so ein bisschen einen wilden Garten hast, wie wenn du jetzt alles so ganz kurz geschnitten hast. Ich meine, welche Tiere sollen dort leben und welche, also man zerstört ja auch so ein bisschen den Lebensraum der Tiere, wenn man jetzt wirklich so einen angelegten Garten hat und alles kurz geschnitten und so weiter. Also das ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Entschuldigung für mich, dass ich mir sage, ja, für die Umwelt und für die Tiere ist das doch toll, so einen wilden Garten zu haben. Wenn man es jetzt mal so ganz ehrlich sagt, ist es natürlich auch so ein bisschen der Grund, dass ich einfach überhaupt keinen Bock habe. Also Garten und Gartenarbeit ist für mich einfach das Allerschlimmste auf dieser Welt. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, warum hast du ein Haus mit 1000 Quadratmeter Garten, wenn du überhaupt keinen Bock hast? Ja, die Frage habe ich mir auch schon manchmal gestellt und ich kann sie nicht so wirklich beantworten. Ich denke, der Hauptgrund sind natürlich so ein bisschen meine Hunde. Und ihr wisst ja aus der Vergangenheit, ich hatte ja immer mehr Hunde. Ich habe ja auch eine Zeit lang sehr intensiv mit Hunden gearbeitet, sprich ich habe auch Hunde gezüchtet, ich habe auch ausgestellt. Ich hatte ja auch einen Hundesalon, ich hatte auch Hundebetreuung. Also das heißt, wenn die Menschen in Urlaub gefahren sind, dann habe ich mich um diese Hunde dann gekümmert. Und zu Spitzenzeiten, das war zwar jetzt nicht hier, wo ich jetzt wohne, in diesem Haus, sondern das war noch in einem anderen Haus, wo ich vorher gelebt habe. Da hatte ich aber zu Spitzenzeiten oft 17, 18 Hunde bei mir im Haus. Also das heißt, sowohl jetzt nicht nur meine eigenen Hunde, aber halt auch dann Betreuungshunde. Und das war schon auch sehr, sehr viel Arbeit, aber irgendwo war das einfach immer so, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal wo gelebt habe, wo ich jetzt keinen Garten und kein Haus hatte. Also für mich war das immer so ein bisschen okay, ich brauche halt diese Gartenfläche für die Hunde, aber für mich selber persönlich bräuchte ich ehrlicherweise keinen Garten. Und wenn, dann wirklich nur irgendwie was Kleines, was ich mit ihr in einem kleinen elektrischen Rasenmäherde irgendwie einmal abmähe in 20 Minuten und die Sache ist erledigt. Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Grund. Mittlerweile bräuchte ich auch diesen Garten gar nicht mehr. Ich habe ja da einiges umstrukturiert. Das heißt, ich züchte ja auch nicht mehr. Ich habe selber momentan noch fünf Hunde bei mir, die auch wirklich permanent bei mir leben, wobei da aber auch schon sehr alte Hunde mit dabei sind. Das heißt, das wird sich auch in den nächsten Jahren nochmal reduzieren. Und ich bräuchte theoretisch jetzt keine 1000 Quadratmeter Grundstück. Ich mache auch keine Betreuung mehr, außer jetzt wirklich noch von Hunden, die ich mal gezüchtet habe und die jetzt bei mir anfragen. Das heißt, jetzt gerade im Moment habe ich einen Betreuungshund da. Den kenne ich aber auch schon jetzt ganz lange. Es war einer meiner letzten Würfe, diese Hündin, und die ist natürlich jederzeit willkommen. Aber ja, ich bräuchte jetzt natürlich keinen Garten mit 1000 Quadratmetern. Aber gut, das ist natürlich jetzt auch nicht so einfach, dass man sagt, ja okay, dann will ich halt jetzt nur mal die Hälfte oder so haben. Das geht halt auch nicht. Jetzt muss ich halt wohl oder übel damit leben. Und ich hatte das jetzt die letzten Jahre immer so, dass ich einen Gärtner dafür hatte, der sich um diesen Garten gekümmert hat. Das heißt, der hat Rasen gemäht, der hat einige größere Büsche immer wieder mal so ein bisschen zusammengeschnitten. Und ich habe natürlich dafür Geld bezahlt. Und das nicht zu wenig. Die letzten Jahre war das immer noch so in einem Rahmen, wo ich gesagt habe, ja okay, das geht gerade noch so. Jetzt allerdings wird es immer, immer teurer. Und es ist so ein, also mir ist er eigentlich super unsympathisch von Anfang an gewesen. Denn das ist so, er ist relativ jung und die haben sich sozusagen so ein bisschen auch selbstständig damit gemacht, so dieses, wie nennen es so, so dieses Hausmeister-Service. Also die machen jetzt nicht nur Garten und Rasenbein, sondern du könntest jetzt die auch sagen, okay, Fenster putzen lassen oder was auch immer. Es sind glaube ich nur so drei Leute oder so in dieser Firma. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das waren mir von Anfang an unsympathisch. Aber es hat irgendwie trotz alledem von Anfang an gut geklappt. Also die haben das auch relativ schnell übernommen und haben das auch sehr unkompliziert alles gemacht. Aber sie sind halt jetzt mittlerweile so, dass sie halt für jeden Pups und für jeden Millimeter und Zentimeter, den sie irgendwie mehr machen, halt alles bezahlt haben wollen. Es sind dann so gewisse Punkte, wo sie sich irgendwie dagegen sträuben, es zu tun. Also zum Beispiel ist es so eine Sache, wie gesagt, ich habe es von Anfang an gesagt, für mich ist der Garten, kann das auch so ein bisschen wilder sein. Und ich habe zum Beispiel, wenn man jetzt Rasen mäht, hat man natürlich auch immer so einen gewissen Rasenschnitt, der dann aufgefangen wird in so einem Auffangbehälter. Und das habe ich, da habe ich, in diesem Eck habe ich so einen Hügel, da schmeiße ich das immer rauf und dann habe ich da oben noch einen Hügel, da schmeiße ich das auch rauf. Und ich denke mir dann immer, oh, diese Grashügel, da können die ganzen Würmer und alles, die haben doch da sicher voll den Spaß dran. Ja, da kam dann irgendwann der Zeitpunkt, wo sie sich geweigert haben, dass sie das auf solche Hügel schütten, sondern sie bestanden dann darauf, dass sie dieses Gras immer mitnehmen und auch entsorgen. Für das sie natürlich auch Kohle ohne Ende verlangen, auch die Kilometer von dort nach dahin, alles verrechnet wird. Und jetzt schlussendlich habe ich eben, also die allerletzte Rechnung, die ich jetzt bekommen habe, waren fast 300 Euro für zweimal Rasenmäht. Also das sind genau zwei Aufträge, sind wir jetzt auf 300 Euro gekommen. Sie haben mir Kilometergeld für 200 Kilometer berechnet, wo ich mir echt so dachte, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Ich meine 200 Kilometer, das ist, also das ist, ich meine das ist unglaublich. Also wofür bitte 200 Kilometer, Kilometergeld? Und die Erklärung war dann, ja, das Gras war doch schon etwas höher und sie müssten eben diese Entsorgung, da müssten sie öfter hin und her fahren. Und deshalb sind 200 Kilometer zusammengekommen, wo ich mir echt so dachte, hey Leute, also 200 Kilometer, das ist so absurd. Also wie kann man denn bitte das als Erklärung geben, dass man, also wirklich hier in der näheren Umgebung hier für 200 Kilometer irgendwelchen Rasenschnitt entsorgt? Also das war für mich einfach, also ich bin echt fast von allen Wolken gefallen und dachte mir, echt, das ist nicht euer Ernst, dass ihr mir hier wirklich, ja, fast 300 Euro berechnet für zweimal Rasenmähen, zweimal Rasenmähen. Mit meinem eigenen Rasenmäher, also das ist jetzt nicht mal so, dass sie das mit ihm eigenen Rasenmäher machen, sondern sie benutzen meinen Rasenmäher dafür und dafür fast 300 Euro zu bezahlen. Also ich dachte einfach, das kann einfach nicht sein. Ich war sehr wütend und auch sehr erpoß darüber. Ich habe dann mal zwei Tage, glaube ich, nicht darauf geantwortet, weil ich mir dachte, nee, es bringt jetzt auch nichts, hier so voller Wut, denen da irgendwie was rüber zu knallen. Ich habe mich dann so ein bisschen beruhigt, habe aber jetzt schlussendlich das Ganze gekündigt, gesagt, also das werde ich definitiv nicht weiter bezahlen. Also, no way. Ja, jetzt muss ich leider selber Rasenmähen. Das, was ich halt sozusagen die letzten Jahre immer versucht habe, einfach so wegzubringen, weil es ist natürlich so, wir müssen natürlich berechnen, ich bin alleine. Ich arbeite 40 Stunden im Büro, wo ich aber auch noch Fahrtzeit habe. Das heißt, wenn wir das jetzt auf eine Woche rechnen, bin ich locker schon mal meine 50 Stunden sozusagen komplett weg. Ich bin weg von zu Hause, wo ich nichts machen kann. Dann habe ich natürlich meine Hunde. Ich habe den Haushalt. Ich habe YouTube. Ich habe den Podcast und so weiter und so weiter. Das heißt, es bleibt einfach nicht mehr wirklich viel Zeit übrig, die ich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch gerne chillig verbringe und mit Nichtstun verbringe oder mit Ausruhen oder mit Fernsehen oder mit Serien schauen und halt jetzt nicht gerade dann diese Zeit noch dafür nutze, um draußen Rasen zu mähen. Also, man muss sich natürlich auch die Zeit immer so ein bisschen einteilen. Und was natürlich jetzt beim Rasenmähen noch mit dazu kommt und das ist eigentlich sozusagen so der Hauptpunkt auch gewesen, warum ich das vor Jahren schon weggegeben habe und mir jemanden gesucht habe, der diese Arbeit erledigt, ist, dass du natürlich auch immer so ein bisschen wetterabhängig bist. Das heißt, ich kann natürlich jetzt locker sagen, okay, am Freitag am Abend, ich gehe ein bisschen früher vom Büro nach Hause und am Freitag am Abend mache ich den Rasen und die Geschichte ist erledigt. Und ich habe ein freies Wochenende. Gut, was machst du jetzt aber, wenn es am Freitag regnet? Dann ist der Freitag schon mal weggefallen und wenn es am Samstag auch noch regnet, dann ist auch dieser Samstag schon weg. Das heißt, du bist immer wetterabhängig und für jemanden, der das schon mal hatte, der man schon mal einen Garten hatte und der wirklich selber auch Rasen mähen muss, der weiß das natürlich, dass je weniger, also je länger du dann wieder wartest, bis du wieder Rasen mähst, desto höher wächst das Gras, desto mehr Arbeit ist es. Das heißt, wenn es jetzt mal eine Woche regnet und ich nicht Rasen mähen kann und dann ist es vielleicht wieder schönes Wetter, dann kann aber ich nicht, das heißt, da vergehen dann auch wieder drei, vier, fünf Tage und dann plötzlich hast du wieder so einen hohen Rasen, dass es einfach super anstrengend ist. Und das war natürlich auch immer so ein bisschen dann mein Hintergedanke. Okay, wenn ich jemanden habe, der sich darum kümmert, der natürlich sich das auch so einteilen kann, dass er halt dann mäht, wenn es schönes Wetter ist und wenn das halt jetzt der Dienstagvormittag ist oder der Dienstagnachmittag, dann kann er das auch an einem Dienstagnachmittag machen. Ja. Turns out, die schönen Zeiten sind sozusagen vorbei. Ich werde jetzt demnächst in den nächsten Wochen wieder selber Rasen mähen müssen. Ich muss schauen, wie ich es irgendwie unterbringe. Ich hoffe, dass es sehr, sehr heiß jetzt dann sehr schnell wird, denn dann wächst der Rasen etwas langsamer und dass ich halt irgendwie über diesen Sommer komme oder ich halt schnellstmöglich jetzt wieder jemanden Neuen finde, der gerne meinen Rasen mäht. Das wäre natürlich die noch bessere Variante. Aber gut, ich habe es heute schon mal gemacht. Es war super anstrengend. Ich bin eigentlich halb tot, um ehrlich zu sein. Ich bin auch immer noch nicht fertig. Ich habe ungefähr erst die Hälfte. Ich hatte dann keinen Bock mehr. Der hintere Teil ist mittlerweile schon wieder so hoch, dass ich es, glaube ich, schon gar nicht mehr mähen kann. Alles läuft super. Ihr merkt schon, ich habe eigentlich schon gar keinen Bock mehr. Und das nach dem ersten Mal Rasen mähen, wo ich erst die Hälfte gemäht habe. Oh mein Gott. Gut, das ist eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Jetzt starten wir einmal so ein bisschen in das Gaming rein und zwar zu Stride. Stride ist ein neues Spiel. Ist gerade mal, ich glaube, ein Jahr, eineinhalb Jahre alt. Und es ist jetzt der Early Access rausgekommen. Und mit dem Early Access habe ich auch ein Video gemacht. Das könnt ihr euch natürlich gerne auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Und es ist jetzt etwas passiert, wo ich schon so ein bisschen damit gerechnet habe. Denn ich habe ja das Spiel schon vorab getestet, weil ich ja Patreon-Unterstützer bin. Und wusste demnach natürlich auch so ein bisschen, was dabei rumkommen wird. Oder was dieser Early Access enthalten wird. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt auch so ein bisschen enttäuscht. Und viele von euch da draußen sind auch enttäuscht. Man kann diesen Early Access auf Steam sich holen. Und zwar um 25 Euro. Ich habe das Video eigentlich so aufgebaut, dass ich euch alle natürlich wachrütteln möchte. Und euch auch eher so den Tipp geben möchte. Überlegt euch ganz gut, ob ihr das wirklich kaufen wollt. Denn es gibt so gut wie keine Inhalte. Es ist vielleicht besser, wenn ihr einfach noch abwartet. Ein Jahr, zwei Jahre und euch dann dieses Game nochmal anschaut. Ja, weil es einfach nicht wirklich Inhalte gibt. Und das finde ich natürlich etwas, was sehr, sehr schade ist. Und wenn ich so an dieses Spiel jetzt auch denke. Und vor allen Dingen auch so, wie das jetzt abgelaufen ist. Also, dass es jetzt einen Early Access gibt. Auch was schon alles so vorab gepostet wurde. Dann bin ich immer so ein bisschen am überlegen, ob das Ganze nicht einfach besser wäre. Wenn man für so einen Early Access zumindest schon ein bisschen ein Spiel hat. Also wirklich mit Inhalten. Vielleicht schon so die ersten kleinen Story Quests vielleicht hat. Das muss ja nichts Großes sein. Aber einfach schon so ein bisschen einen Inhalt hat. Und dafür aber vielleicht in Kauf nimmt, dass das Pferdemodell jetzt noch nicht so toll aussieht. Dass dieser Horse Creator noch nicht in seiner ganzen Blüte irgendwie ist. Da bin ich immer eher so ein bisschen der Freund davon. Wenn wir jetzt gerade von so Early Access, Pre-Alpha-Versionen, Test-Versionen sprechen. Also ich bin immer eher so der Freund davon, dass ich sage. Okay, mir ist lieber, wenn die Qualität noch nicht so gut ist. Aber wir schon gewisse Inhalte haben. Und da kommen wir natürlich auch Spiele in die Gedanken, wie zum Beispiel Tales of Rain Ravine. Viele von euch kennen dieses Spiel. Falls ihr es euch noch nicht kennt, schaut euch das definitiv einmal auch an. Es gibt mehrere Demo-Versionen, die auch gratis sind. Es gibt aber auch für Patreon-Unterstützer auch eine größere Demo-Version. Und dieses Spiel kann man eigentlich auch als Early Access betiteln. Denn so viel kannst du in dem Spiel auch nicht machen. Aber du kannst so viel machen, dass du da locker 2, 3, 4 Stunden Spielvergnügen hast. Denn das Ganze ist so ein bisschen auch als Turnier aufgebaut. Das heißt, du hast einige Runden, die du fehlerfrei absolvieren musst, um weiterzukommen. Du hast dort Reitstunden. Du hast Dressurstunden, die so eine Art Anleitung einfach sind, damit du verstehst, was gefordert ist, was du machen musst. Es gibt drei Pferdemodelle, die super unterschiedlich sind. Sowohl vom Aussehen, von der Größe, als auch vom Temperament. Du hast draußen einen großen Außenspringplatz mit Naturhindernissen. Und dort hast du, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube 9 oder 10 verschiedene Runden, die du absolvieren musst. Und das wäre für mich jetzt so wirklich eine Version, wo ich sagen würde, ja, das ist für mich ein Early Access. Ich habe ein paar Pferde, die ich schon ausprobieren kann. Ja, da gibt es vielleicht noch keinen Horse Creator, da gibt es vielleicht noch keine verschiedenen Rassen. Auch das Pferdemodell selber ist noch nicht in dem Zustand, wie es dann später einmal sein wird. Aber ich habe schon zumindest drei Pferde, die ich ausprobieren kann. Ich habe die Reithalle. Da habe ich ja verschiedene Reitstunden, wo mir gezeigt wird, was zu tun ist, auf was es ankommt. Ich habe eine Dressurstunde. Ich kann raus auf den Geländeplatz, kann dort meine Runden drehen, muss wirklich gut reiten, muss wirklich trainieren, um fehlerfrei zu bleiben. Und da habe ich schon ein Spielvergnügen von drei, vier, fünf, sechs Stunden. Und das reicht mir für den Early Access. Aber das ist so von den Inhalten etwas, wo ich sage, ja, das erwarte ich mir von einem Early Access. S-Strike nun hingegen hat sich jetzt so ein bisschen für einen anderen Weg entschieden. Sie haben ganz, ganz wenig Inhalt, also wirklich ganz, ganz wenig Inhalt, dafür aber qualitativ sehr hochwertig. Das heißt, es gibt zum Beispiel den Horse Creator und der ist einfach schon in seiner ganz fantastischen Form, wie er eben jetzt im Spiel drinnen ist. Man kann ganz viel machen, man kann ganz viel einstellen und ist halt qualitativ sehr, sehr hochwertig. Das Problem an dem Ganzen ist halt dann immer nur so ein bisschen, ja, du erstellst dir dort drinnen ein Pferd und dieses Pferd erstellst du dir vielleicht in 20 Minuten, 30 Minuten meinetwegen und dann war es das. Dann kannst du noch rausreiten, kannst eine Runde im Dressurviereck und kannst eine Runde draußen auf dem Springplatz reiten und das war es. Und mehr gibt es nicht und dann ist man auch schon wieder fertig. Und das ist halt für einen Early Access, muss ich schon ganz ehrlich sagen, sehr, sehr wenig. Es gibt auf meinem Kanal ja mehrere Videos zu S-Strike, übrigens auch von Tales of Rain Ravine. Da solltet ihr auch auf alle Fälle mal reinschauen, denn das ist auch ein wirklich tolles Spiel. Und da habe ich mir von diesen S-Strike Videos das Ganze natürlich auch mal rausgesucht und habe mal so geschaut, okay, was war denn so ganz am Anfang der Plan von S-Strike? Also was wurde wirklich für diesen Early Access geplant? Und diesen Plan von den Early Access und noch viele andere Dinge werde ich jetzt nicht nur alleine vortragen und mit euch besprechen. Nein, ich habe mir zwei Gäste ganz spontan mit reingeholt und ich freue mich natürlich riesig, dass sie auch so spontan waren und gleich gesagt haben, ja klar, machen wir. Und deshalb würde ich sagen, ich blende euch oder ich spiele euch jetzt hier einmal unser Gespräch ein, was wir über S-Strike geführt haben und zwar mit der lieben Stella Moonlake und der lieben Dani von Danis Gaming Welt und wünsche euch da jetzt ganz viel Spaß dabei. Ja, spontan wie ich bin, fällt mir dann immer so in letzter Minute immer wieder was Neues ein. Ich habe, ja, wie schon vorher erwähnt, den Podcast eigentlich schon fertig gehabt und dachte mir jetzt aber so im letzten Moment, nee, wir müssen da nochmal ein Thema aufgreifen und zwar, ich habe es schon angekündigt, ich habe es wahrscheinlich auch schon gelesen und ihr könnt es euch wahrscheinlich auch schon denken, wir müssen einmal noch über S-Strike sprechen und das, was so in den letzten zwei Tagen passiert ist und dazu habe ich mir jetzt zwei Gäste eingeladen, weil ja, manchmal macht es einfach doch so ein bisschen mehr Sinn, wenn man so ein Gespräch noch so mit jemand anderem hat, auch so ein paar andere Eindrücke und dadurch auch Erfahrungen noch mitbekommt und deshalb sage ich jetzt einmal einen wunderschönen guten Abend an die liebe Stella und an die liebe Dani von Danis Gaming World. Hallo! Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr auch so spontan seid und jetzt wirklich so in, ja, in der letzten fünf Minuten irgendwie euch dazu entschlossen habt, da noch mitzumachen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt wirklich so in das Thema einsteigen, dass ihr euch vielleicht einmal ganz kurz vorstellt, dann würde ich sagen, Stella, magst du ein paar Worte über dich sagen, was du so machst und für die, die dich halt jetzt noch nicht kennen, dann, ja, wo man dich so trifft, was du machst und wie du so in die ganze Gaming-Welt irgendwie reingekommen bist. Ja, also mein Name ist Stella Moonlake. Ich glaube, vielleicht kennen mich andere schon aus der letzten Podcast-Folge, wo ich hier zu Gast war bei ADA. Das stimmt, ja. Also, wenn ihr mehr wissen wollt, hört euch den Podcast noch nachträglich an. Ansonsten, ich streame Star Stable und mittlerweile auch ein bisschen andere Games auf der Switch, was gerade so herauskommt oder was gerade so da ist. Und Videos mache ich rein, Star Stable-Videos, auch das, worauf ich gerade so Lust habe. und, ja, ich mache das jetzt ein Jahr und, ja, mehr gibt es eigentlich gerade nicht zu sagen. Ah, gut. Und bei dir, soweit ich mich noch erinnern kann von unserem letzten Gespräch, aber korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch bin, wenn du jetzt so auch von anderen Games und so sprichst, betrifft das aber eigentlich nicht wirklich andere Horse-Games, oder? Also, du hast sehr viele auch Spiele, die jetzt nicht so in den Pferde-Bereich reinpassen. Auch, ja. Also, ich spiele jetzt gerade auch zum Beispiel noch ein anderes Pferde-Game, was ich vor kurzem angefangen habe mit Horse-Tales of Desperate. Ja, das habe ich heute gesehen. Ja, das hast du gestreamt, oder? Ja. Irgendwann die nächsten Tage. Ja, das habe ich gesehen. Genau, aber ansonsten spiele ich halt auch Spiele, die jetzt nichts mit Pferden zu tun haben, ja. Ah, okay. Gut, danke schön. Dann einmal auch die Frage an dich, Dani. Magst du uns ein bisschen was von dir erzählen? Ja, sehr gerne. Also, auf YouTube und auf Twitch bin ich unterwegs. Auf Twitch allerdings mit anderen Games, die nicht wirklich was mit Pferden zu tun haben. Auf YouTube dann doch etwas fertiger. Habe tatsächlich mit Star Stable angefangen dort. Damals noch mit einem ganz alten Laptop. Das ist ein ganz, ganz lustiges Video im Nachhinein. Ja, ich spiele halt eben zum einen Horse-Reality, Wild Horses Valley, Noble Horse Champion, zwischendurch auch mal Star Stable. Das werde ich jetzt auch demnächst wieder ein bisschen mehr anfangen. Und da gibt es ja so einige Neuigkeiten, die man dann auch mal zeigen kann. Genau, und das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren und macht wirklich Spaß. Okay. Ich werde natürlich jetzt alle Links von den beiden unten in die Shownotes, beziehungsweise auf YouTube in die Infobox packen. Und da könnt ihr alle natürlich gerne mal vorbeischauen. Ich glaube, die zwei freuen sich sehr darüber. Immer, ja. Gut, dann wollen wir gleich so straight irgendwo in das Thema reinschauen. Und zwar, es geht um A Stride. Und vor allen Dingen so, was die letzten Tage so passiert ist. Aber so ganz kurz zusammengefasst, A Stride ist ein neues Pferdespiel in der Entwicklung. Was ziemlich viral gegangen ist und ist so circa seit, ich würde mal so sagen, ein bis eineinhalb Jahren schon, sehr, sehr bekannt. Sie haben natürlich auch sehr viel Promotion gemacht und sehr viel Werbung dafür gemacht. Es gab eine eigene Kickstarter-Kampagne, wo auch ein Trailer produziert wurde. Es gab dann eben den Discord-Server mit einer Patreon-Unterstützungsmöglichkeit. Und es wurde so in diesem Social-Media-Bereich, würde ich jetzt mal sagen, schon auch sehr, sehr, sehr viel gepostet. Und, ja, wie soll ich es richtig ausdrücken? Ich finde jetzt so im Nachhinein, ich habe mir das jetzt nochmal so ein bisschen angeschaut und auch so überlegt, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute schon sehr, sehr heiß gemacht wurden. Also, es war so eins dieser Spiele, wo so viel auch teilweise Inhalte und Bilder und kleine Videosequenzen auch gepostet wurde, wo man schon so gemerkt hat, also die Menschen werden so richtig, richtig angeheizt. Und diese Vorfreude auf dieses Spiel wurde wirklich immer, immer größer und das Spiel wurde auch unglaublich gehypt. Mich würde jetzt mal interessieren, und da jetzt auch die Frage an euch zwei, könnt ihr euch noch erinnern, wann habt ihr so das erste Mal von diesem Spiel gehört oder irgendwas gesehen? Und wie war dann da so euer Eindruck dazu? Ja, also, ich kann jetzt nur sagen, vor einem Jahr, anderthalb auch so, hat das irgendwie angefangen, dass ich das gesehen habe. Ich glaube sogar tatsächlich erst mal auf Steam. Da gab es dann halt eben, dass ich gesucht habe nach Pferdespielen, wie ich das halt immer so mache für YouTube, und bin dann auf Estride gestoßen, habe dann natürlich auch auf Instagram so ein bisschen geschaut und, wie du schon sagtest, halt eben viele Bilder dazu gesehen und war von diesen Bildern her total begeistert und habe mich auch wirklich auf dieses Spiel schon sehr, sehr gefreut und halt eben auch auf diesen Release-Tag regelrecht hingefiebert. Stylla, bei dir? Also, ich habe das erste Mal von Estride gesehen, ich glaube, auf YouTube und spätestens dann, als die ersten Creator-Videos zu dem Game gemacht haben, also ich glaube auch vor einem Jahr ungefähr, mein erster Eindruck oder mein erster Gedanke war, oh, Star Stable bekommt einen Konkurrenten, weil da waren ja wirklich viele Features, die ähnlich wie SSO sind, geplant oder auch angekündigt oder kamen so rüber in den Videos und Bildern, die man gesehen hatte. Und mein erster Eindruck war auf jeden Fall sehr, sehr gut und hat mich auf jeden Fall auch sehr heiß gemacht und angefixt, dass ich gedacht habe, oh, das muss ich mir auf jeden Fall anschauen, wenn es dann soweit ist. Ja, ich muss sagen, ja, mir ging es ja ähnlich dabei. Ich habe dann ja auch eigentlich gar nicht mehr so lange überlegt und habe dann ja auch diese Kickstarter-Kampagne mitgemacht. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, wie viel Geld ich genau jetzt überwiesen habe. Ich kann es wirklich gar nicht mehr genau sagen. Ich müsste das irgendwie mal recherchieren in einem der letzten Videos. Was ich allerdings jetzt schon mal recherchiert habe und das ist vielleicht auch so, ja, um so ein bisschen auch in das Thema reinzukommen. Und da ist es wieder so ein kleiner Vorteil, wenn man natürlich YouTube macht, weil das Ganze natürlich auch immer wieder so ein bisschen wie ein, ja, wie so ein kleines Tagebuch irgendwie ist, weil man halt dann doch irgendwie so alles nochmal so nachschauen kann. Und ich habe aus einem meiner Videos, also auf meinem YouTube-Kanal, das habe ich gepostet vor einem Jahr, es sagt mir jetzt Gesichter nicht nirgends, wo geht das genaue Datum? Also das genaue Datum sehe ich jetzt nicht, aber es schreibt mir jetzt irgendwie hier hin, also auch hier, am 20.01.2022, also schon über ein Jahr. Und zwar heißt dieses Video eben Roadmap, also da gab es so, ja, so eine Roadmap zu dem ganzen Early Access und Release und so weiter. Und das würde ich euch jetzt gerne mal vorlesen. Und so haben sie da geschrieben, Early Access Release Plan Version 0.1, Und die Punkte, die sie da aufgelistet haben, waren Train and Compete in Dressage, Showjumping and Cross Country, also trainieren und teilnehmen an Wettbewerben in Dressur, Springreiten und Gelände. Unravel the First Chapter in Astrid's Main Storyline, also sozusagen, das Spiel an sich sollte ja auch eine Storyline bekommen. Und da war auch für diesen Early Access schon dieses erste Kapitel, also wahrscheinlich so diese ersten kleinen Geschichten sollten schon veröffentlicht werden. Dann der nächste Punkt, Free Riding, Explore the World and Go Wherever You Want, also eine Map zu haben, wo man wirklich frei herumreiten kann. Character and Horse Customization, also einen Horse Creator und den eigenen Charakter eben anzupassen. Home and Stable Renovation, also ein Zuhause und Stall Anpassung. Dann Horse Personalities, No Horses is alike, Much like people, We are all different from each other, also dass wirklich jedes Pferd auch so seinen eigenen Charakter bekommt. Horse Care and Stable Maintenance, dass wir sozusagen auf unser, oder uns um unser Pferd kümmern, füttern, füttern, die Hufe, reinigen, bürsten und so weiter. Und das Ganze eben auch für die Stelle, also maintain your hostiles, ausmisten und so weiter. Und Quests and Challenges, complete Quests and Challenges to earn in-game currency and Rewards. Also das heißt, das war halt so die ersten Quests und Challenges bekommen. Ja, das war im Jänner 2022 so ein grober Plan, der für den Herbst 2022 geplant war. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr sozusagen da auch schon zu dieser Zeit in dem Thema drinnen wart und das auch schon so ein bisschen mitbekommen habt. Fakt ist ja, dass sich jetzt immer wieder sehr viel verschoben hat. Also wir sind natürlich jetzt nicht mehr im Herbst 2022, sondern wir sind jetzt eigentlich schon fast Mitte 2023. Der Early Access wurde natürlich auch immer wieder so ein bisschen angepasst. Es wurde auch immer wieder verschoben von Jahreszeit zu Jahreszeit, von Monat zu Monat. Schlussendlich sind wir jetzt an dem Punkt, dass der Early Access veröffentlicht wurde. Leider gab es auch da wieder so ein kleines Problem. Geplant war der 31.05., was nicht so ganz geklappt hat, aber zwei Tage später war es dann soweit. Mittlerweile ist er draußen. Man kann ihn auch über Steam erwerben. Wir Unterstützer, sowohl von Patreon als auch vom Kickstarter, haben unsere Keys auch bekommen. Also ich habe meine drei Keys, und können somit sozusagen in das Spiel reinschauen, in den Early Access reinschauen. Und ja, ich möchte jetzt mal so von euch wissen, also ich glaube, habt ihr beide eigentlich schon reingeschaut? Oder Stella, hast du nur das, was du jetzt von mir beim Video gesehen hast? Ich habe nur das, was ich in deinem Video gesehen habe, beziehungsweise auch so zum Early Access, habe ich ein paar Sachen gesehen und gelesen, weil ich tatsächlich überlegt hatte, mir das zu kaufen und habe es mich aber erst mal entschieden und habe gesagt, erst mal nicht. Okay. Dani, hast du reingeschaut oder hast du auch nur rein, was du jetzt an Videomaterial gesehen hast? Ich habe reingeschaut. Ich hatte mir tatsächlich gedacht, ich hole mir es mal und gucke mal rein. Was Schlimmeres, als dass ich das Spiel zurückgebe, kann mir nicht passieren. Und so ist es dann auch gekommen. Also ich habe es tatsächlich erst einmal wieder zurückgegeben, weil mir ein bisschen was von dem, was versprochen wurde tatsächlich und das nicht nur ein bisschen, sondern einiges leider fehlt. Und ich einfach sage, dafür sind momentan das, was sie dafür haben wollen, ist mir dann doch noch etwas zu viel. Stella, wie war so dein erster Eindruck? Also mein erster Eindruck von dem, was ich jetzt gesehen habe, was bisher gepostet wurde und an Feedback zu lesen gab, ist mein erster Eindruck auch, dass es sehr teuer ist. Ich meine, Early Access heißt, es ist noch nicht fertig und es kann Wachs geben oder technische Probleme und es ist halt noch nicht die Vollversion. Aber ich muss sagen, für einen Early Access ist es halt trotzdem einfach zu wenig. Das sieht mir komplett roh aus. Das hat für mich nichts mit dem Early Access zu tun, sondern das sieht einfach noch, als hätten sie gerade erst angefangen, das zu gerieren, das Spiel, zu programmieren, das Spiel und nicht, dass sie schon über eineinhalb Jahre daran arbeiten, wenn man schaut, wann sie angefangen haben und gesagt haben und damit angefangen haben, anzukündigen. Ja, also es ist nicht so gut der erste Eindruck bisher. Leider ja. Also ich war, als ich reinging, war ich noch sehr gehypt und es ist sehr schön gemacht, mit dem Pferd das zu erstellen. Da ist gar keine Frage. Aber das ist es dann auch gewesen. Alles, was danach kam, war pure Enttäuschung. Ja, also ihr könnt natürlich gerne mal auch in mein Video reinschauen. Ich meine, ich zeige ja dort auch alles, was es momentan gibt, aber jetzt hier auch nochmal so ganz kurz zusammengefasst. Wir haben eigentlich einen Horse Creator, der, wo man schon sagen muss, der schon sehr, sehr, sehr gut ist. Also ich kenne momentan kein Spiel, wo du so detailgenau dein Pferd erstellen kannst, auch wirklich mit einer genetischen, mit einem genetischen Hintergrund, wo du auch Aufhellungen hast, wo du wirklich Abzeichen hast. Also das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht. Dann hast du eine Halle, die auch sehr schön ist. Also da braucht man auch gar nicht drüber reden. Also es ist schon sehr gut gemacht. Es ist auch so mit dem Licht und mit dem Schatten und so. Das sind schon so kleine Details, die schon sehr, sehr gut gemacht sind. Dort in dieser Halle steht ein Dressurviereck und man kann dann nochmal so aus diesem, ich glaube es wird im Endeffekt so ein Putzplatz dann sein, wo eben auch der Horse Creator drinnen ist und da kannst du dann sozusagen nochmal durchreiten und reitest dann raus auf den Springplatz. Dort hast du ein paar Sprünge stehen, die du theoretisch auch springen kannst. Praktisch gesehen ist es leider etwas verpackt und auch immer noch sehr schwierig, das jetzt wirklich gut zu machen. Ja und das war es im Grunde genommen auch. Mehr gibt es zu diesem Early Access momentan nicht. Eine Frage habe ich jetzt nochmal an euch. Wie findet ihr denn so grundsätzlich jetzt mal das Pferdemodell an sich? Von diesem, also es ist ja mehr oder weniger das Startup-Pferd, mit dem sie jetzt auch anfangen. Was sagt ihr so grundsätzlich zu dem Pferdemodell? Also grundsätzlich kann ich erstmal sagen, das Pferd an sich, man kann sich ja nun wirklich sein Traum-Pferdchen quasi zusammenbasteln, mit allen Abzeichen, die man toll findet, gescheckt, nicht gescheckt, bunt wie immer, wie man das auch haben möchte. Finde ich gut. Was ich sehr schade finde, mir fehlt noch ein bisschen Ausrüstung. Das kommt ja nun mal leider nur mit einem Sattel und das war's. Und mir fehlt auch ein bisschen so der Reiter da oben drauf. Das ist halt so das, was mir so ein bisschen fehlt. Ansonsten finde ich, das Pferd an sich ist sehr, sehr gut gemacht. Das ist so meine persönliche Meinung. Stella? Also ich kann ja immer nur von dem sprechen, was ich bisher gesehen habe. Und da finde ich, die Möglichkeiten, die man hat, sein Traum-Pferd, das schreibe ich jetzt mal so auf, zu generieren, finde ich toll. Also gibt's, habe ich so, glaube ich, auch noch nirgendwo gesehen in dem Umfang, dass man's wirklich so sich zusammenbasteln kann, wie es einem perfekt gefällt. Das gefällt mir richtig gut, dieses Feature. Ja. Und so jetzt, wenn du jetzt mal wirklich so aufs Pferdemodell jetzt wirklich selber schaust, also du hast ja jetzt auch schon so Bewegungsabläufe und so gesehen, ist das jetzt so was, wo du jetzt, also wo du jetzt irgendwie so sagen würdest, wow, das ist jetzt der Hingucker schlechthin, wenn man sich so diese Pferdespiele anschaut, weil es jetzt so gut ist oder so realistisch ist oder wie auch immer oder ist das jetzt dann doch sozusagen so aus Spielersicht vielleicht auch doch so ein kleiner Nebeneffekt, weil das ist auch immer so ein Punkt, wo ich mich dann auch immer so ein bisschen frage, ich meine, ich komme jetzt natürlich so ein bisschen auch aus der Reiterwelt, ich meine, ich reite, seit ich irgendwie denken kann und zwar jetzt momentan nicht, aber es ist halt ein großer Punkt in meinem Leben, von daher denke ich mir dann für mich selber immer so, okay, ich habe vielleicht auch so ein bisschen einen falschen Blickwinkel jetzt wirklich auf ein Spiel, also was würdet ihr da überhaupt sagen, wie wichtig ist es jetzt wirklich für einen Spieler, der jetzt ein Pferdespiel spielt, dass dieses Pferd so zu 100% realistisch ist? Ein bisschen realistischer könnte es schon noch sein, ich finde die Bewegungen sind noch ein bisschen hakelig, sagen wir mal so, die könnten noch ein bisschen flüssiger sein und mir fehlt auch ein bisschen so ein kleines Tutorial, wie aktiviere ich die Gänge, man wurstelt sich so ein bisschen durch und wenn man ein bisschen Gaming erfahren ist, dann kriegt man das auch hin, also das ist dann nicht unbedingt das Problem, das hinzubekommen, man probiert dann ein bisschen ein paar Tasten aus, die einem bekannt sind und dann kommt man auch dahin. das fehlt aber auch ein bisschen in dem Game und halt eben, dass es doch etwas flüssiger noch sein kann. Selda, wie ist das für dich so? Weil ich glaube, du bist jetzt ja so eben in Real Life jetzt auch nicht so die Pferdeprinzessin, sage ich jetzt mal. Nicht mehr, ja, das stimmt. Aber wie ist es dann, wenn es jetzt zu Spielen kommt? Also es ist jetzt für mich nicht der wichtigste Punkt, sage ich jetzt mal so, aber was ich jetzt hier von Astrid gesehen habe, da war ich mir unsicher, ob das noch die Bugs sind teilweise oder weil das so teilweise abgehakt war. Aber ja, wenn es jetzt ganz komische Bewegungen sind, die das Pferd macht, dann frage ich mich das auch. Also ich glaube halt, dass es teilweise sehr schwer ist, in so einem Spiel eine Pferdeanimation sehr akkurat hinzubekommen. und dennoch finde ich es komisch, es gibt halt auch so Pferdespiele, die sind halt ein bisschen älter, aber da macht das Pferd ganz komische Bewegungen und zum Beispiel einfach nur und bewegt zum Beispiel gar nicht die Beine oder den Kopf bei Galopp oder bei, keine Ahnung, wenn es losgeht oder einfach nur steht. Was ich jetzt hier gesehen habe, ich dachte, aus dem Trailer heraus, das sieht schon sehr echt aus und sehr real aus. Was ich jetzt aber so vom Spiel her bisher gesehen habe, kam das irgendwie gar nicht so nah dran. Ja, es ist tatsächlich so, dass auch die Animationen und so, was sozusagen irgendwie mal geplant sind, dass das auch noch ja sehr, sehr verbuggt ist, leider. Es gibt viele Animationen einfach schlichtweg auch noch gar nicht und das ist dann oft auch so der Punkt, dass du eben diese Hakelungen so zwischendrin hast, weil du sozusagen, momentan ist es ja so, dass du sozusagen in die Gangart reingehst, zum Beispiel in den Trab und dann kannst du immer wieder mit W oder mit S halt beschleunigen und auch wieder verlangsamen und da sind aber sozusagen mit jeder Beschleunigung und so und wenn du dich sozusagen mit W jetzt oder auch mit S dann durchklickst, kommen dann dann all diese Animationen die aber teilweise noch nicht so wirklich belegt sind und deshalb hast du dann oft mal das Problem, dass du dann plötzlich wieder im Stand bist oder plötzlich wieder im Schritt bist. Also das ist halt einfach, ja, einfach ganz und gar nicht ausgereift, muss man sagen. Ich finde schon, ähm, das Pferdemodell an sich schon sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube auch, dass da sozusagen, wo sie es geplant haben, dass es hinführt, kann das schon auch wirklich sehr, sehr gut werden. Ich bin mir halt immer jetzt da nicht so ganz sicher, wie wichtig es jetzt wirklich für ein Spiel ist, dass es eben so unglaublich realistisch ist und ob das vielleicht auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ähm, jetzt auch ihnen so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, dass sie sich so extrem im Inzug diese ganz kleinen Details auch, ähm, so ein bisschen verrannt haben und wir halt jetzt an dem Punkt sind, dass wir halt jetzt einen Early Access haben, der halt im Grunde genommen, ja, so gut wie gar nichts beinhaltet. Da bin ich so ein bisschen, ja, das finde ich so ein bisschen schwierig. Grundsätzlich, ihr seid ja jetzt auch schon so ein bisschen länger in diesem ganzen Gaming-Bereiche auch drinnen, habt ihr auch schon diverse Spiele auch angefangen zu spielen, spielt sie nach wie vor. Wie findet ihr es so grundsätzlich, so diesen Weg, für den sich jetzt Astride sozusagen entschieden hat, also das heißt, dass sie wirklich diese extremen Kampagne gestartet haben, sehr viel veröffentlicht haben, diese Kickstarter Kampagne gemacht haben, da natürlich auch sehr viel Geld damit eingenommen haben und sich halt jetzt dazu entschieden haben, einen Early Access rauszubringen, das machen ja auch Spiele immer so ein bisschen unterschiedlich, aber wenn wir jetzt nur mal so bei Astride bleiben, diesen Weg, den die jetzt gemacht haben, wie findet ihr das grundsätzlich für ein Spiel? Ist es gut? Ist es eher schlecht? Hätten sie es anders machen sollen? Wie denkt ihr darüber? Also ich persönlich finde den Weg jetzt in Ordnung an sich, also es ist klar, dass wenn ein Spiel geplant wird oder veröffentlicht werden soll, dass sie Geld brauchen, dass sie Sponsoren brauchen und dass sie auch natürlich Werbung machen wollen, um Aufmerksamkeit auf das Spiel zu bringen. Das finde ich in erster Linie nicht verwerflich und auch in Ordnung und gut, weil nur so kriegst du Aufmerksamkeit für das Spiel. Vielleicht haben sie aber trotzdem in diesem ganzen Weg ein bisschen zu viel genommen und am Anfang preisgegeben, weil jetzt sind halt viele enttäuscht dadurch, dass sie das, was sie am Anfang gesehen haben, noch nicht bekommen. Ja, ich sehe das genauso. Also klar, ich finde es in Ordnung, halt eben auch irgendwo ein bisschen Geld auch zusammen zu sammeln für die Entwicklung eines Games. Ich finde aber auch bei einer Early Access sollte zumindest schon ein gewisser Teil dessen, was man bis dahin gesehen hat, vielleicht schon im Spiel sein und dafür ist es einfach noch ein bisschen wenig. Ich habe so ein bisschen mir überlegt aus der Sicht der Publisher, was ist da eventuell passiert. Ich glaube, die haben sich da ein bisschen verrannt und dass dieses Spiel einfach noch ein bisschen Zeit gebraucht hätte für den Release und sie sich einfach ein bisschen mehr Druck gemacht haben, das Spiel jetzt endgültig rauszubringen, weil es sollte ja nun mal schon sehr viel früher rauskommen und es ist immer wieder vertröstet worden und dass sie jetzt einfach gesagt haben, wir machen das jetzt einfach, die Leute warten drauf und ja, dass das einfach so ein bisschen zu früh noch war. Da hätte es noch einiges an Entwicklung gebraucht. Ich meine, eine kleine Sache kann ich jetzt hier auch so von meiner Seite auch noch sagen, was ich halt jetzt schon weiß. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt auch schon sozusagen veröffentlicht wurde, aber es ist oder es ist zu 99% so, dass sie momentan keine andere Wahl hatten. also sie mussten jetzt diesen Early Access raushauen aufgrund von diversen Verträgen und Fundings, die sie sozusagen ja gemacht haben, hatten sie jetzt auch eine gewisse Deadline, um diesen Early Access rauszubringen, um dann sozusagen die nächsten Schritte auch zu machen. Das heißt, inwieweit jetzt wirklich im Plan war, dass sie sozusagen jetzt mehr oder weniger freiwillig gemacht haben, dass sie das jetzt so als Early Access rausbringen, wie es momentan ist, ist so ein bisschen die Frage. Was ich halt so grundsätzlich auch so ein bisschen schwierig finde, ist, wie gesagt, ich habe ganz am Anfang ja auch diesen Plan vorgelesen, der vor einem Jahr sozusagen aufgerufen wurde, wo ich mir halt jetzt schon zum Nachhinein denke, wenn das jetzt wirklich Profis sind, die jetzt auch wirklich in dem Bereich arbeiten, kann ich mir ja fast nicht vorstellen, dass denen nicht irgendwie schon am Anfang bewusst war, dass sie das nicht schaffen werden. Da stelle ich mir jetzt halt so die Frage, unterstelle ich euch natürlich jetzt auch, glaubt ihr, dass sie das mit so ein bisschen bewussten Hintergrund gemacht haben, um auch diese ganzen Fundings und Unterstützungen und Kickstarter und Patreon gerade am Anfang zu generieren und deshalb so ein Paket rausgehaut haben und solche Versprechungen gemacht haben oder denkt ihr, dass sich das wirklich einfach jetzt über die Monate entwickelt hat und das wirklich das nicht abzusehen war von Anfang an schwierig zu sagen also das jetzt generell halt eben den vorzuwerfen ist immer sehr sehr schwierig ich glaube schon dass natürlich halt eben Pläne schon rausgegeben wurden um natürlich das Interesse zu wecken klar weil wenn mir nichts geboten wird habe ich kein Interesse unbedingt daran das auch zu unterstützen das ist ganz klar auf der anderen Seite ja jetzt natürlich dann zu sagen das haben die jetzt gemacht um das zu generieren da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit im nachhinein glaube ich aber dass sie sich da wirklich drin verrannt haben dass sie sehr viel geplant haben dass sie das auch wirklich vorhatten so umzusetzen das glaube ich schon aber einfach die Zeit nicht gereicht hat und so wie du schon sagt es halt eben einfach Verträge jetzt sie gezwungen haben auch ein so unfertiges Early Access halt dann tatsächlich rauszugeben Stella wie ist dein Eindruck ich finde es auch eher schwierig jetzt zu sagen oder das so vorzuwerfen oder ja ich finde schwierig tatsächlich also klar zeigst du dich von deiner besten Seite und was du alles machen willst um halt viele Leute darauf Aufmerksam zu machen und auch entsprechend das nötige Geld zusammen zu bekommen und ich glaube halt auch eher dass sie sich zeitlich verrannt haben ich meine das hat man ja schon gemerkt an denen wir haben es verschoben es ist wieder verschoben und dass sie dann am Ende halt wirklich keine Zeit mehr hatten weil ich meine das was sie alles geplant haben und angekündigt haben das alles in ein Spiel zu integrieren und zu entwickeln das dauert halt und ich glaube halt tatsächlich dass sie einfach die Zeit kann dazu jetzt auch ja nur schwer irgendwie was dazu sagen ich muss sagen so so um es so auf den Punkt so ein bisschen zu bringen ich bin schon auch sehr enttäuscht ich muss auch sagen ich habe so ja eigentlich so bis zum Ende also bis ich wirklich so meinen Steam Key aktiviert habe und das Spiel runtergeladen habe bis zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich immer noch so ein bisschen der Hoffnung dass wir irgendeine Überraschung erleben werden und dass doch schon ein bisschen mehr drinnen ist ich meine ich wusste ja natürlich was wir die ganzen Wochen jetzt schon getestet haben das heißt ich kannte ja natürlich auch diese Testversion nichtsdestotrotz ist sogar ja diese Early Access jetzt weniger als die Testversion weil in der Testversion konnten wir ja zum Beispiel auch schon raus ins Gelände springen und konnten da auch im Gelände schon so ein bisschen rumreiten und konnten auch selbstständig springen aber ich dachte mir halt dann doch okay der Early Access da wird doch noch ein bisschen mehr reinkommen was jetzt natürlich nicht gekommen ist und ich bin natürlich jetzt auch sehr sehr enttäuscht und wenn wir jetzt auch schon so ein bisschen von Enttäuschungen reden ist 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 jetzt natürlich auch so ein bisschen das passiert was man sich halt irgendwie jetzt auch schon denken konnte ich habe schon so ein paar Steam Kommentare gelesen da ist natürlich jetzt schon sehr sehr viel negative Stimmung es ist auch am Discord hat sich die Stimmung so ein bisschen gewandelt es sind da natürlich auch sehr viele negative Meinungen was man natürlich schon auch so ein bisschen gut halten muss ist dass sie jetzt so zum Schluss hin schon also sie haben auch mal einen neuen Trailer gemacht sie haben dort auch wirklich nur das gezeigt was es auch wirklich gibt im Spiel sie haben auch immer wieder also sie wussten natürlich dass es ein Problem werden könnte von daher haben sie jetzt auch so die Wochen davor oder eigentlich so die so 5 6 Tage vor dem Release auch öfters wirklich geschrieben okay manchmal ist es vielleicht auch besser wenn man sich das Spiel jetzt noch nicht kauft weil es wird wirklich sehr wenig drinnen sein ich war war oder glaubt ihr dass die jetzt schon noch die Kurve gekratzt bekommen also vor allen Dingen jetzt auch sozusagen für die Community oder glaubt ihr dass da jetzt viele abspringen werden und viele das Spiel so ein bisschen hinten anrücken werden ich befürchte schon dass da einige abspringen werden die sehr gehypt waren ich bin immer so ein bisschen der vorsichtige Typ ich warte auch schon mal ab also im Vorhinein jetzt natürlich habe ich das Spiel erstmal zurückgegeben weil dafür ist es mir jetzt akut erstmal zu wenig allerdings bin ich immer ein Freund davon eine zweite Chance zu geben wenn ich einfach sehe dass ein Spiel wo halt eben so viel versprochen wurde ja eventuell doch noch Potenzial hat und es ist ja nun mal auch in der Beschreibung drin dass das Spiel 2026 das ist natürlich jetzt auch dann denke ich mit Vorsicht zu genießen fertig sein soll das heißt da erwartet man ja auch noch dass da noch einiges kommt insofern bin ich auf diesem Level dass ich halt eben sage ich warte vorsichtig ab würde es jetzt akut so nicht spielen wollen ich denke aber auch ja dass viele abspringen werden und so enttäuscht sind dass sie einfach sagen ich möchte auch also ich habe bisher nichts investiert in das Spiel und werde es auch erstmal nicht tun ich könnte es auf jeden Fall aber nachvollziehen dass Leute jetzt abspringen weil die haben schon eine sehr hohe Erwartungshaltung gegeben an die Menschen die alle sehr gehypt waren auf das Game und da kann ich auch verstehen wenn das so reinkommt dass selbst die Testversion umfangreicher war als das was jetzt im Early gleichen Funktionen wie in der Testversion gegeben werden dass man da dann enttäuscht ist vor allem wenn man vorher so riesen Hoffnungen in dieses Spiel gemacht hat ich bin aber auch der Typ Mensch ich würde es jetzt im Auge behalten ich vielleicht könnten die so noch mal ein bisschen die Wogen kletten aber ich glaube jetzt in erster Linie werden viele erst mal sagen nö so nicht schaue ich mir in ein zwei Jahren nochmal an ja und ihr habt da jetzt schon einige Punkte gesagt die ich auch so sehe zum einen möchte ich gerne noch sagen es gibt eine neue Homepage sie haben die Homepage natürlich auch neu gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen wenn ich auf diese Homepage schaue und dort sozusagen dieses fertige Spiel oder die fertigen Spielinhalte mir durchlese dann fängt mein Herz immer auch noch ganz stark zu schlagen an und ich bin wirklich ganz ganz aufgeregt weil ich wenn man sich das so durchliest könnte das wirklich so eins dieser fast perfekten Pferdespiele werden oder dann irgendwann in Zukunft auch mal sein dass sie das wirklich irgendwie gewuppt bekommen ich muss ganz ehrlich sagen für mich gibt es schon so ein paar Punkte es wurde jetzt auch schon ein paar kommentaren sowohl auch bei mir ich habe es auch schon jetzt bei anderen Creator das ein oder andere Video mir angeschaut da wurden auch schon so gewisse Dinge auch gepostet und ich muss auch sagen das ist auch so einer meiner größten Befürchtungen und zwar wenn wir jetzt mal so ein bisschen über die Finanzierung sprechen dann ist es ja so dass sozusagen jetzt seit einem Jahr dieses Spiel mehr oder weniger an der Öffentlichkeit ist dass auch Geld und so weiter gesammelt wird jetzt sprechen wir aber davon dass sozusagen ja wir von einem fertigen Spiel I don't know 2025 2026 sprechen das heißt das sind natürlich jetzt schon noch sehr viele Jahre und das sind vor allen Dingen auch sehr viele Jahre wo das Spiel finanziert werden muss also die können ja jetzt nicht sagen okay die nächsten zwei Jahre arbeiten wir jetzt umsonst also das heißt es müssen jetzt auch die nächsten drei Jahre irgendwie finanziert werden und da ist schon von einigen angesprochen worden die sich das nicht vorstellen können dass das jetzt mit den Finanzierungen Unterstützungen und so weiter jetzt so weiter geht wie bisher weil es werden einfach einige verstimmt sein und sie haben halt so ein bisschen die Befürchtung ja dass die Finanzierung jetzt wirklich für die nächsten drei vier Jahre auch noch gesichert sein wird ja und das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig vom Spiel selber her kann ich auch noch eins sagen es wurde bei uns ich glaube auf dem Test Server also auf dem Discord Test Server jetzt auch gepostet ich weiß nicht ob sie das jetzt noch öffentlich machen werden aber zum heutigen Zeitpunkt existiert kein Spiel also das heißt das komplette Spiel muss erst geschrieben werden es gibt noch nicht eine Zeile von einer Storyline oder sonst was jetzt wirklich so in diesem Early Access drinnen ist das ist auch größtenteils das was wirklich existiert also das heißt wirklich einzelne Objekte also wie jetzt zum Beispiel der Horse Creator es gibt natürlich schon sehr viel Sattel Samstag und so weiter aber das sind alles wirklich alles einzelne einfach Objekte aber es gibt zum heutigen Zeitpunkt noch kein Spiel es gibt auch keine Storyline es gibt keine Quest irgendwelche Ideen das fängt eigentlich erst jetzt an und das sind dann immer wieder so Aussagen die mich schon so ein bisschen schockieren und mich auch wirklich sehr enttäuscht zurücklassen Ja vor allen Dingen man überlegt sich wie soll das in Zukunft auch finanziert werden also meine Überlegung ist dass man das halt eben eventuell sogar über diese sogenannten DLCs regeln könnte das ist natürlich immer eine vorsichtige Vermutung weil man ja jetzt halt eben anfängt mit den 25 Euro das wird denen sicherlich nicht ausreichen auf lange Banken Nein das bestimmt nicht auch wenn du es gerade schon angesprochen hast DLC auch das DLC Thema war schon auf dem Discord gestern glaube ich und da wurde eine Aussage getätigt von den Entwicklern dass das erste DLC frühestens 2025 geplant ist wie gesagt ich habe es im Video schon gesagt was jetzt an Updates und wann Updates kommen werden und wie schnell es jetzt gehen wird da haben wir auch noch keine Information da halten sie sich auch noch wirklich sehr zurück ich glaube sie wissen es auch selber noch nicht genau wann sie wirklich was Neues reinbringen können oder den Charakter dann mit reinbringen das sollte ja eines der ersten Dinge dann sein die dann jetzt auch noch mit reinkommen der soll wohl auch schon relativ fertig sein aber halt noch nicht so passend dass man ihn jetzt veröffentlichen könnte aber ja nichtsdestotrotz kann das jetzt auch noch mal drei vier fünf Monate dauern und ich muss ja ganz ehrlich sagen ich kann es mir einfach nicht vorstellen dass jetzt in den nächsten Wochen sich irgendjemand dieses Spiel um 25 Euro auf Steam kaufen wird ich kann es mir nicht vorstellen ja ich bin ganz ehrlich auch nicht ich bin gerade noch eher schockiert dass du als du eben noch gesagt hast dass es doch gar keine Idee also gar nichts wirklich greifbares gibt für eine Storyline oder irgendwas das schockiert mich gerade noch mehr weil so verschreckst du ja noch mehr Leute die dahin weiter investieren wollen ja ja es hat also es war gestern das hat mich auch wirklich so ein bisschen schockiert es war gestern ich glaube oder vorgestern vorgestern auf gestern in der Nacht hat das eben auch ein ähm Entwickler eben geschrieben dass es eben aktuell kein Spiel gibt und dass das Spiel jetzt erst geschrieben werden muss das ist wirklich erschreckend also weil man ja zumindest äh von den Ideen her oder das was halt vorher geschrieben wurde davon ausgeht dass das zumindest schon mal so ein bisschen in der Pipeline liegt und nur noch nicht äh ins Spiel hineingebracht werden konnte aber dass man dann so hört ja im Grunde genommen haben wir auch wirklich noch nichts für euch das ist wirklich schockierend das ist wirklich erschreckend zu hören und ja finde ich dann auch im Nachhinein nicht in Ordnung äh denen gegenüber die wirklich schon auch Geld da rein investiert haben das ist wirklich schon fast ein Schlag ins Gesicht für alle die das schon getan haben ja das stimmt und von dem Aspekt her muss ich auch sagen also ja kann ich natürlich auch diesen ganzen Unmut und so jetzt einfach auch verstehen weil ja weil das einfach auch so eine gewisse Zeitfrage dann auch ist und und ich glaube ja ich glaube einfach wir können uns davon verabschieden dass wir da jetzt wirklich regelmäßig monatlich irgendwelche Updates bekommen und da es jetzt stetig vorangeht also ich glaube wir müssen eher mit einer recht langen Pause jetzt wieder rechnen und ja mal sehen mal sehen was dann im Endeffekt wirklich ähm noch dabei rumkommt wie lange sie es auch noch so stemmen können jetzt von der Finanzierung her ist dann natürlich die nächste Frage und ja inwieweit die Community das halt jetzt noch äh verzeiht und ähm trotzdem da jetzt noch so mit dabei ist und wirklich auch diese Unterstützung gibt gut wir haben jetzt natürlich einiges besprochen ich habe auch in meinem Video schon einiges natürlich angesprochen es ist jetzt natürlich so ein bisschen auch ähm an eurer Entscheidung was ihr jetzt daraus macht wie ihr das ähm empfindet ihr könnt das natürlich auch gerne mitteilen ihr könnt gerne hier drunter kommentieren auch gerne unter dem Video ihr könnt natürlich auch gerne auf dem Discord Server von Estride falls ihr dort drauf seid könnt ihr natürlich auch diese Kritik äußern sie sind bis zum jetzigen Zeitpunkt zumindest noch sehr sehr offen was diese ganze Kritik angeht sie ähm freuen sich auch darüber sie sprechen das auch immer wieder an dass ähm Kritik und Feedback äh oder konstruktives Feedback einfach wirklich auch sehr sehr willkommen ist passt halt so ein bisschen auf eurer Wortwahl auf ähm man kann das Ganze immer auch sehr konstruktiv ausdrücken und muss da nicht sehr beleidigend oder unter der Gürtellinie gehen darum würde ich euch natürlich auch bitten ähm an euch zwei ähm habt ihr noch irgendwelche Abschlussworte sowohl jetzt vielleicht für die Spieler die jetzt vielleicht enttäuscht sind oder auch vielleicht an das Game selber an die ähm Entwickler möchtet ihr noch irgendwas hier loswerden ja so an die Spieler kann man einfach nur sagen ja wir verstehen euch da wir sind selber äh begeisterte Pferdespiel-Gamer und kennen natürlich dass man sich darauf freut und natürlich auch sagt Mensch endlich ist es raus und ich möchte jetzt endlich spielen und das und das sollte alles da reinkommen und ich möchte das alles ausprobieren und dann steht man da und sagt oh Mensch das ist ja alles gar nicht drin und man ist natürlich enttäuscht da sind wir auf jeden Fall auf eurer Seite ähm wenn ihr sagt ihr freut euch auf das Spiel dennoch dann wartet einfach ein bisschen manchmal brauchen Entwickler einfach noch ein bisschen Zeit um halt wirklich aus einem Game was ganz Tolles zu machen ich denke das Spiel hat Potenzial und ich denke dass es würdig ist darauf zu warten ob es dazu kommt werden wir sehen ähm ich glaube da müssen wir uns alle in Geduld üben ja und dann wird man halt einfach sehen die Entwickler ja ich hoffe dass sie wirklich das noch umsetzen was sie sich vorgenommen haben uns Spieler dann nicht alleine lassen irgendwann auf dem Weg und dann sagen wir schmeißen das Handtuch das würde ich mir einfach wünschen okay dankeschön Stella also von meiner Seite aus an die Spieler erstmal lasst euch nicht entmutigen ich glaube ähm dass viele jetzt durch diesen Early Access einen kleinen Einbruch haben weil sie denken ah das wird alles gar nicht so ähm ich hoffe trotzdem dass das Spiel das Potenzial irgendwann ausschöpft was es angekündigt hat und uns nicht alle enttäuscht ähm und ich hoffe auch natürlich dass die ähm weitermachen können ähm dass das jetzt nicht irgendwie irgendwann jetzt in den nächsten Monaten äh weil kein Geld mehr da ist weil so ein Spiel ist teuer und dass sie sich verrannt haben verkalkuliert haben und deswegen nicht mehr weiterkommen das hoffe ich nicht und ähm ja dass wir da bald was sehen also ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten und schauen was da noch kommt und das Spiel jetzt doch nicht ganz ähm abhaken und an die Entwickler bitte gebt Gas macht uns ein schönes Spiel macht das was ihr geplant habt und lasst euch bitte nicht allzu viel Zeit ja vielen Dank an euch für diese letzten Worte und natürlich vielen Dank dass ihr überhaupt jetzt so ganz spontan hier mit mir diese Aufnahme gemacht habt wie vorher schon erwähnt äh all die Links von der lieben Stella und natürlich von der Dani findet ihr unten in den Show Notes beziehungsweise auf YouTube in der Infobox dann würde ich mich von euch verabschieden vielen Dank für eure Zeit und äh ja vielleicht baldigst mal zu einer anderen Podcast-Folge dann können wir vielleicht noch ein bisschen ausführlicher über ganz andere Dinge sprechen ich wünsche euch hat Spaß gemacht schön das freut mich ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis ganz bald tschüss tschüss tschau ich freue mich natürlich richtig dass das heute so ganz spontan geklappt hat mittlerweile ist ja auch schon wieder ein Tag vergangen das heißt wir sind jetzt mittlerweile am Samstagabend und der Podcast soll in ein paar Stunden online gehen von daher muss ich mich jetzt wirklich ranhalten eine ganz kleine Sache möchte ich euch noch zu Astride sagen und zwar ich habe es in dem Gespräch mit der Stella und Dani auch angesprochen es gibt eine neue Homepage auf diese Homepage könnt ihr gerne mal schauen ich werde euch die auch unten verlinken denn dort ist sozusagen noch einmal das komplette Spiel beschrieben um was es in dem Spiel irgendwann mal gehen soll was der Plan von diesem Spiel ist und wie ich das gesehen habe und mir das durchgelesen habe wie ich es auch in dem Gespräch mit den beiden gesagt habe da fängt mein Herz schon wirklich zu schlagen an und ich bin nach wie vor ja ich möchte nicht mehr sagen dass ich überzeugt bin denn überzeugt bin ich nicht mehr dass wir wirklich irgendwann an diesen Punkt kommen werden dass dieses Spiel in dieser Form fertig sein wird ich hoffe es ich hoffe es denn wenn ich mir diese Homepage wenn ich mir diese Beschreibung durchlese finde ich es einfach so sensationell und ich hoffe wirklich dass wir irgendwann an diesen Punkt kommen werden momentan unterstütze ich dieses Spiel auch noch das heißt ich werde weiterhin dranbleiben werde weiterhin am Discord Server bleiben und ich hoffe einfach ja ich hoffe einfach das allerbeste ich möchte es gar nicht genau betiteln was ich genau hoffe ich sage es einfach mal ganz offen ich hoffe einfach das allerbeste gut ich sehe auf meine Aufnahmezeit und wir sind natürlich schon ja wir sind eigentlich schon weit über dem Ende von daher möchte ich gar nicht mehr viel sagen Fernsehen Videoserien habe ich nicht wirklich etwas Neues ich bin nach wie vor absoluter Fan von Riverdale ein neuer Fan von Riverdale viele von euch werden jetzt sagen Riverdale oh mein Gott das war ja vor drei Jahren irgendwie super gehypt ja ich bin mal wieder ein bisschen spät dran habe zwar schon damals wie es wirklich rausgekommen ist habe ich auch schon mal angefangen aber ich habe dann irgendwie unterbrochen I don't know why aber habe ich gemacht ich habe jetzt wieder angefangen zwar wirklich mit der ersten Folge mittlerweile bin ich bei Staffel 3 glaube ich schon also ich schaue wirklich sehr sehr fleißig I'm totally into it ich liebe es ich schaue ja täglich mindestens eine Folge von daher bleibt momentan nicht mehr viel Zeit für andere Sachen also für andere Serien aber was ich auch noch begonnen habe jetzt wieder habe ich auch früher viel viel mehr gemacht aber ich habe jetzt auch wieder mit Hörbüchern begonnen und habe mir dazu jetzt mein erstes Hörbuch ausgesucht von dem ich momentan auch nur ganz ganz positive Dinge erzählen kann möchte aber da noch gar nicht so viel mehr dazu sagen außer natürlich den Titel den kann ich euch sagen und zwar habe ich jetzt mit der Buchreihe von Sarah Sprintz oder Sarah Sprintz angefangen und zwar Dunbridge Academy Anywhere das ist sozusagen der erste Teil ich glaube es ist eine Trilogie wenn ich mich richtig erinnere ja ich bin ganz gut begeistert und ich werde vielleicht in näherer Zukunft auch mal so ein bisschen was darüber erzählen für den einen oder anderen den es interessiert oder der auf der Suche ist nach einem Buch oder nach einem Hörbuch ja wird das vielleicht auch interessieren das aber dann vielleicht irgendwann mal in der fernen Zukunft gut meine Lieben der Podcast war anders als geplant ist jetzt im Endeffekt aber natürlich trotzdem proppe voll und lang geworden ich hoffe es hat euch gefallen gerne einmal ein Like ein Abo ein Folgen auf Spotify oder Apple Podcast eine Bewertung whatever ich freue mich über alles in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag passt ganz gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal eure Ada Priestflower Ciao Ciao Haus of Ada der Podcast aus Untertitelung des ZDF, 2020